Hallo zusammen, mein Name ist Andreas Pape. Ich bin ein 80er Jahre Kind und wohne derzeit in Köln und ich bin Filmschauspieler. Ich finde meine größte Charaktereigenschaft ist, dass ich diszipliniert bin. Das habe ich durch den Sport, den ich fast mein halbes Leben lang gemacht habe, gelernt. Ist eine Sache, die glaube ich vielen Menschen fehlt, aber durch Disziplin kann man was bewegen. Ich frage mich immer wieder, wo wäre ich gelandet, wenn ich diesen Sport, der viel mit Disziplin, Ehrgeiz, Zielstrebigkeit, Pünktlichkeit zu tun hat, wo wäre ich gelandet, wenn ich den nicht gehabt hätte? Die Frage stelle ich mir sehr oft. Ich würde sagen, ich bin halt der totale Machertyp und Stillstand ist für mich, geht für mich gar nicht. Ich bin ständig dabei, irgendwas zu erschaffen und zu kreieren. Und ja, das ist so meine Passion, glaube ich. Böse Charaktere, das ist so eine Urangst, die der Mensch, glaube ich, hat. Deswegen funktionieren ja auch so viele Krimi- und Mordserien und Filme, weil man immer, weil der Mensch fasziniert ist von dem Bösen. Bleib du selbst, sei dir treu, glaub an dich, guck nicht zu sehr nach links und rechts, sondern guck geradeaus nach vorne. Ich finde, Selbstreflexion und selbst, ja, einfach mal in den Spiegel, sich den Spiegel selber vor das Gesicht halten, ist eine ganz wichtige Sache, um den anderen auch zu verstehen. Warum, weshalb, wieso. Und das sollten viel mehr Menschen machen. Dass ich als Achtjähriger erst mal zum Sport gekommen bin. Ich habe fast 30 Jahre lang Hochleistungssport gemacht. Das war für mich ein Mega-Erfolg, dass ich einfach was hatte, wo ich mich dran klammern konnte, weil ich immer ein Freund davon bin, weg von der Straße, auch als Jugendlicher, als Kind schon ein Ziel vor Augen zu haben. Und Sport ist ein großer Faktor. Mich inspirieren Künstler und mich inspirieren großdenkende Menschen. Schmuddelpfanne muss her. Was ist, Schmuddelpfanne ist das Beste. Ja, einer meiner größten Erfolge im Leben war, dass ich 2006, da war ich 26 Jahre alt, Weltmeister am Wasserski geworden bin. 20 Jahre lang dafür gearbeitet, gekämpft und ja, das ist ein Titel, den kann dir keiner mehr nehmen. Ich liebe optische Veränderungen. Ich habe vor drei Jahren ersten Filmen in Istanbul gedreht, da habe ich mir komplett die Haare abrasiert. Jetzt habe ich natürlich lange Haare, die ich ungerne abmachen würde, aber wenn es der Rolle gut tut und der Rolle beiträgt, dann auf jeden Fall. Na klar, ich liebe auch mit Make-up zu arbeiten, mit Masken zu arbeiten, mit viel Special Effects zu arbeiten, auch verschiedene Kostüme. Ich liebe das einfach. Als Kind habe ich früher immer im Dreck gespielt. Ich habe es geliebt, dreckig nach Hause zu kommen und ja, da fühle ich mich glaube ich sehr wohl. Ein Wikinger zu spielen wäre natürlich das A und O für mich, für meine Optik. Ich habe jetzt lange Haare, ich habe roten Bart, starken Bartwuchs und ein breites Kreuz. Natürlich habe ich schon mal einen Mann geküsst. Das war jetzt tatsächlich auch für eine Filmrolle, für ein Casting sogar. Habe das Casting aber leider nicht bekommen. Keine Ahnung warum. Aber ja, das ist für mich gar kein Problem, einen Mann zu küssen. Das gehört für mich auch zum Berufsfeld dazu.